Mit unserem Vacuum Master Comfort heben Sie Lasten bis zu 750 Kilo einfach und mühelos. Ein besonderes Highlight, unser neuer Vacuum Master Comfort Bedienbügel. Dieser sieht nicht nur modern aus, auch in Sachen Benutzerfreundlichkeit und Ergonomie hat er einiges zu bieten. Die Highlights und den Nutzen möchte ich Ihnen kurz vorstellen. Mit unserem komfortablen Bedienpanel steuern Sie alle Gerätefunktionen mit einem und demselben Bedienfeld. Mit den farbigen Tasten und den passenden Symbolen ist eine intuitive Bedienung sichergestellt. Der grüne Taster ermöglicht die Werkstückaufnahme mittels Vacuum. Die beiden roten Taster ermöglicht die Ablage des Werkstückes. Mit dem grauen WIP-Taster wird die Kettenzugbewegung auf und ab in je zwei Geschwindigkeitsstufen gesteuert. Und je nach Gerätevariante kann mit dem blauen Kippschalter das Werkstück 90 Grad gedreht, 180 Grad gewendet oder 90 Grad geschwenkt werden. Die große Breite des Bedienbügels verringert den Kraftaufwand bei der Bewegung und ermöglicht eine gesundheitsschonende Handhabung bei großflächigen und schweren Werkstücken. Ein simultanes Schwenken und Neigen ermöglicht eine ergonomische Handhabung in hohen wie in tiefen Lagen. Der Bedienbügel ist als starre Version mit Schwenkfunktion oder mit Schwenk- und Neigefunktion verfügbar. Für weitere Informationen gehen Sie auf schmalz.com